Wir versuchen natürlich, so gut wie es geht, fokussiert aufs Spiel zu sein. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass das irgendwelche negativen Einflüsse auf uns hat. Wir wollen eine Runde weiterkommen und sobald so ein Fußballspiel angepfiffen ist, hast du sowieso keine anderen Gedanken, außer jetzt den Ball hinterher zu jagen oder ein Tor zu erzielen. Ja, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Uli Kohn ist der wichtigste, aber ein anderes Geheimnis. Er ist die wichtigste Person in diesem Verein. Ich habe gemerkt in nur sieben, acht Monaten hier. Wir lieben ihn nicht zu viel, aber der beste Teil, um ihm zu helfen, ist am Morgen gewinnen. Natürlich fokussiert wir auf unserer Performance und das ist am wichtigsten. Wir sind alle Profis und ich denke, natürlich verfolgt das jeder. Auf der anderen Seite spielen wir morgen Fußball und das ist auch das, was unser Präsident will, dass wir uns aufs Spiel konzentrieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020